Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Cunning Stunts GTA 5 zusammen mit Daniel Patrizzi, Juli, Kunran, Manus, Maxi, Nils, Daxe, Hotta und Eidem. Hallo! Ja, mein Outfit ist halt so cool. Da muss jeder hinter mir sehen können. Alter, was ist das für ein Roller? Ich habe eine Schlafi-Hose an. Boah, das geht ja gar nicht. Ey, die Map, die ist gut. Wie schön. Was war ich denn, Roller? Irgendwas machst du falsch, weil selten auf dem Cross ist wie ein E-Bike. Das sind die letzten Plätze, das ist dieses Aufholen und Windstatt. Wollte ich mir sagen, es gibt eine Boost-Taste? Boah, Dominik. Nils? Doch gibt es. Er kann Wheelie machen. Na, Zerr, Junge. Kannst du mich nicht nach vorne legen, bist du schneller? Nein, Nils hat mich dazu angestiftet. Ich meine, er geht bei der Grünbrande. Und nach vorne auch. Nach vorne bist du aber nicht so schnell wie mit nach hinten. Der warte ich kurz. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich bin irgendwie langsamer als ihr. Oh nein. Oh, das war gut. Hallo, Risi. Danke. Das ist ein netter Baumstamm da, ne? Ja, sehr schön hier. Was treibt ihr hier am Baum? Boah, da kannst du ja nicht drehen, da stehst du ja sofort mit dem Ding. Der Tret, Roller. Nein, 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 nein. Der Schuhwerk ist wichtig hier. Oh, ich habe Windstatt gefordert. High Heels, ne? Wenn du dich abtreten kannst, ey. Oh, oh, Baum. Autsch. Oh, Juli, au. Was denn? Ja, klar. Es ging alles gut. Im Tret, Roller. Ah. Ich bin bei Anne, ey. Und bei Manus. Oh, bei Manus. Bei Anne wäre ja noch okay, ne? Aber Manus, ey. Der ist ja bei null Punkten, glaube ich. Und wenn den jetzt einer vom Zug schubst, ey. Hau ab, Alter, hau ab. Hau ab. Middle. Vorsicht, Alter. Middle, Alter. Was ist ein Middle, Alter? Oh, oh, Manus, ey. Ich bin ziemlich schnell, musst du wissen, ne? Er hat gefremst, der Sau, sag ich. Ich hab gedacht, du ziehst rüber, ey. Hatte ich auch. Ja, dann wärst du ja runtergepftet. What is a bow? Wieso denn drockene Flamme? Oh Gott, what? Da ist klar, kommt man dran. Ich muss so langlauer. Alter, ich hab den selben Baum gefunden wie du. Das ist toll, das Ding. Hast du mein Make-up mitbekommen? So zeigt man Lippenstirn. Ja, da hängt so ne halbe Katze dran. Ey, die sind da vorne schon. Ups. Drei Leute, vier Leute sehe ich. Zwei sind weg. Ah, das muss frieden sein. Ja, ja. Ja, ja. Das muss frieden sein. Trotzdem nicht die vorgemacht. Okay, Mannes, wir müssen jetzt was riskieren. Zieh das Moppet nach hinten. Das war nicht dein Ernst. Du hast irgendwie das in der Höhle, Alter. Der hat dich irgendwie aufgehalten. Wow. Ich bin... Wow, lol. Wo bist denn du hingeflogen? Ich bin da. War grad ne Windböe. Die hat mich voll nach rechts. Ja, die hat mich voll weggetragen, ja. Kommt man da überhaupt rüber am Ziel? Ne. Ja, mit Aufsetzen. Ja, aber wie sollen wir die aufhören? Die sind ja 15 Meter vorn. Oh, fuck. Wer legt sich da denn fast hin? Ja, Freezy, okay. Freezy ist das letzte. Nein, ich bin letzter, oder? Deckpoint verpasst wieder? Ja. Wenn du Platz 10 bist, dann schon. Ich bin Platz 10. Kunde war ein bisschen an der Rappe vorbei gefahren. Ja, bin ich. Doch nicht mal Absicht, aber es war nicht so schlimm. Windschatten, es gibt bessere Möglichkeiten. Manus, warte mal. Was hat der hier vorne? Holla. Ey, diese Fuck... Danke. Dieser fucking Baumstatt, der ist so dumm gemacht. Ah, was ist denn hier los, ey? Nein, Mann. Max, nein. Was war das denn gerade? Wieso zieht das... Wow. Ich aber auch. Ja, die Rampe. Nein, ich hab den... Items! Ey! Stell dich doch nicht quer auf die Straße, ey! Ich krieg dir keinen Trackpoint, Nils! Mann, wir waren echt gut dran gerade. Ja, ich doch auch! Ach, Items, ey. Hat doch wie gesagt. Aber meine andere Frage, wer ist denn erster? Nils. Oh, der kleine Nils, der spielt wieder ernst. Hört ihr dieses hoffnungslose A? Nein! Das ist einfach ein Kaum in der Pseudie, der direkt in meiner Flugbahn steht. Der ist nur für dich da. Ja. Dein Kratzbaum. Dein Weihnachtsbaum. Die Items! Items! Wahnsinn, ne? Oh, oh. Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Und Juli zum Ziel! Der Teufel! Der Teufel! Aber die erste Runde! Ah, ne, die zweite! Die zweite! Ey, Sachse! Zeig mir den Mittelfinger, als ich ihn überholt hab! Wer dafür noch Kraft hat, ey! Wir leiden und leben! Ist das auch voll, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, beides ist an. Auf der Strecke. Wie viele Runden waren's? Drei? 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 Ne, drei! Sagste? Ja, ja, das war nicht so richtig abgeschätzt. Nicht richtig! Dafür wird's gefeuert werden, wenn du Straßen baust! Ach, Kuno hat nach hinten gezogen! Ich weiß, ey! Ich glaube, Nils hat gewonnen. Also, wenn's nur zwei Runden sind, hat er gewonnen. Nils sind drei. Wir könnten auch rankommen. Bin ran. Ja. Oh, guck mal hier! Kuno ist vorbei! Ich wär... Ich weiß nicht, ob Nils Erster war. Ja, wäre Erster geworden. Ja? Ich war ziemlich auf welcher Höhe. Wo bist du da? Das war knapp. Das ist monotone Dröhnen. Verdammt. Egal. Wie du mich rausschuppen wolltest, ja? Ich bin selbst rausgerutscht. Na? So ein Checkpoint vorbei. Oh nein! Viel zu weit nach links! Hehehe! Red euch nicht um, Leute! Oh nein, 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 nein! Das ist ja nicht so. Hi, Arne! Hallo! Bye, Arne! Oh! Guck dir das an! Ach, der Sternenhimmel, oder was? Also du bist krass, wie das D-Sink bei mir, Kuntran. Du bist bei mir gerade volles Rohr in den Holzstapel geknallt. Reingefahren bin ich auch in den Holzstapel. Oh, okay. Und danach bist du einfach vor mir wieder aufgeploppt. Ne, das hab ich nicht getan. Krass. Also ich steh immer noch da hinten. Ich bin eigentlich raus. Was? Alter! Labern, du Schreiber! Lass ihn labern, du! Aber seit wann ist Kuntran denn... Manus, mach mal Rückspiegel, Alde! Seit wann bin ich was? Seit wann bist du so ein Liedner? Was? Er lernt vom Besten, Hils. Er lernt vom Besten. Kuntran spielt mit mir Kalling. Er ist immer der, der die Wahrheit sagt. Oh man, ist weit rausgekommen. Ja, das war grad ziemlich wichtig. Also bei TTT. Der Windschatten ist in den Fall. Ihr schubst euch jetzt und dann fällt einer runter. Boah, der wird dann sofort fast stehen bleiben, ne? Danke. Jetzt müsst ihr euch rammen. Nein, nein, nein. Turt dran. Da hört halt schon mal ein Windschatten. Was geht da? Nein, wir gehen in den Bomben fahren. Oh! Das ist doch nicht normal, oder? Oh shit. Ja! Ja! Alles klar! Alles klar! Hat er dich abgeräumt? Kuntran hat mich abgeräumt. Kuntran hat mich abgeräumt. Da war ich abgeräumt, genau. Du musst nicht lügen, wenn du deinen eigenen Namen benutzt als Schuldiger. Ja, jetzt kommt Marius mit dem Geschwindigkeitsboost ran und zuerst. Da war schon wieder Windschatten. Guck mal, wir überholen wenigstens noch Kuli. Nein, das ist Tuli davon, oder? Doch, das ist Tuli. Oh lol. Hinter uns ist auch noch einer! Hat selbst Rob begangen? Der T! Freezy! Ich weiß nicht, was mit der falsch ist. Ich hab'n Fehler gemacht. Ich hab'n ganzen Backflip gemacht. Nein, ich bin wirklich raus. Freezy ist hinter dir. Ich hab'n komplett Backflip gemacht. Ich weiß nicht, warum. Die stirbt grad immer bei der Schanze. Warum? Nein! Nein! Hat Freezy sich noch überholt? Nein, oder? Nein, ich glaub'n. Ey, ich glaub'n. Das schaffe ich jetzt. Komm, kontrollierter Backflip. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Falsche Richtung, falsche Richtung. Warte, rechte, 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 rechte! Viel zu nah ans Monster, Mann! What the fuck? What? Hey, Juli? Alter, muss ich jetzt hier. Das ist jetzt das zweite Mainz Ziel, oder? Hi! Ja, ich glaub' das war nicht das erste Mal. Irgendeiner ist da im Gras hängen geblieben, das war andere, oder? Fah! Hey, Juli! Juli, noch ne Runde. Zwei Sekunden noch. Was, echt? Wie, Juli? Was? Was ist das? Ey, ich glaub' echt, ich bin langsamer. Ich versteh' das nicht. Ich glaub', du hast ne Checkpoint übersprungen. Kann das eigentlich? Nein, nein, nein. Ganz ehrlich, ich glaube auch, dass Juli irgendwas da falsch ist. Weil, ich hab' sie auf der Grat mit so einem Speed überholt geregelt. Ja, aber sie musst, du musst dich doch vorne zurückgehen irgendwas. Dann bist du schillagt. Ne, das macht nicht so viel. Das mach' ich eigentlich gar nicht. Auch nicht. Mit was spielst du? Mit Controller? Ne, Tastatur. Kann das aber sein, dass ihr einfach nicht voll Gas gebt? Ja, irgendwie. Soll' man Dollar auf die W-Taste drücken? Mit ihr meine ich tatsächlich Juli und Anne. Weil, bei Anne, sie so normal haben. Ja, soll ich, soll ich Dollar drücken auf die Taste? Ne, ähm, Anne, Anne ist eigentlich dabei. Ne, Anne fährt eigentlich normal, aber Juli ist wirklich langsam. Ja. Ja, ja. Extrem langsam, finde ich. Was ist denn jetzt? Geht's hier weiter? Ich muss ja die W-Taste töten. Mir geht's nicht weiter. Ja, es geht gleich von alleine weiter. Wenn man sich weigert, die Map zu bewerten. Die ersten fünf Sekunden rein kommen. Mysteriös. Ich glaube, ich habe meinen fünften Gesamtplatz. Ähm, ich sehe aber immer noch den Gewinner, Nils. Ne, das ist... Wir sehen nun die Tabelle. Bei mir sehe ich's... Bei mir sehe ich's Leaderboard von der jetzigen Uhr. Genau, ich bin im Scoreboard und es wurden noch zwei Sachen nicht geliked. Und ich seh... Wenn Manus noch mal liken. Versuch einfach die Taste mal zu drücken, die zum liken ist. Enter. Mach ich. Naja, worden. Das sind die es. Ja, worden. Die Server, die Server überlegen gerade. Manus ist fängen geblieben. Fängen geblieben. Ich war der Jüngste. Macht nur alle eure Witze. Ohne, kein Game hängt da auf zurück. Was merkst du dir? So machen wir unsere Witze. Was bin ich merken? Für was denn, Anne? Ah, damit du nicht... Damit du nicht immer dich über mich beschwerst. Ich weiß, was Provokation ist. Ich hab das zehn Jahre lang mitmachen dürfen. Das ist reine Provokation, Junge. Absichtlich. Weiß wohl, was die Provokation ist. Aber ich sehe immer noch Nils. Sei hübsch. Ja, bei mir... Bei uns ist es auch... Also, du hängst nach. Wir sagen ein Scoreboard. Ist es nicht normaler? Nein. Erst kommt der Sieger und dann kommt das Scoreboard. Und dann kommst du in die Lobby. Dann müsste er mich noch mal einladen. Ich Lobby. Sag mal bitte, wenn du rausgegangen bist. Vielleicht kannst du ja alte Vieren. Ja, das ist aber das komplette Game weg. Dann brauchen wir wieder fünf Minuten, was du da hast. Wie? Könnt ihr mich nicht einfach einladen jetzt? Du bist ja noch im Spiel drin. Dann krieg ich mich raus. Wie denn? Wie denn? Wir sind doch noch im Scoreboard. Ach so. Ich weiß nicht. Wie gesagt, vielleicht alte Vieren. Weißt du, du hast dir gedacht, jetzt geht das Spiel bei mir nicht weiter. Ich schmeiß mich vor den Zug, damit kein anderer fahren kann. Oh, ich kotze die. Was sind nur mit GTA, ey. Ohne Mist jetzt mal. Ja, das ist wieder kaputt gepatcht, der Fuck. Ja, dann. Ich würde auch immer ein Abo machen, alter 4. Mach lieber einen Cut. Das wäre einfach. Ein Rennen kommt doch noch. Ja, aber wenn ich jetzt erst wieder alles lade. Na, Sport fahren. Wir müssen wahrscheinlich doch eh. Es geht zwar wirklich mal los. Ja. Warte mal, kann ich jetzt die einfach in der Herzchein? Geht das? Bei mir ist immer noch Sachse doppelt. Ja, Freezy hat sich irgendwie als Sachse getan, hier im Scoreboard. Hier wird reden, mache ich jetzt einfach mal. Wir sind Brüder. Mal gucken, vielleicht geht es ja schnell. Ich versuche auf jeden Fall den Timer noch in die Länge zu ziehen. Ja. Ach, ja schön wie der Dortmund hier. Er hat gerade den Timer verkürzt. Wenn ich dran denke, blende ich auch hier gerade meine Katze ein. Aber er echt den Timer verkürzt? Miau, miau, miau. Was? Getrollt wird nicht. Getrollt wird nicht. Nom 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 nom. Echt? Getrollt denn? Bist du denn schon im Spiel wenigstens? Jaja. BTF. Die Verbindung zur Sitzung wird durch den unbekannten Netzwerke fehler unterbrochen. Die Verbindung zur Sitzung wird durch den Pünktivisten. Bist du denn? Tja.